Mit Sima, dem Puppenspieler in Feuer, habt ihr ein sehr solides Monster gezogen. Mit der dritten Fähigkeit könnt ihr gleichzeitig alle vorteilhaften Effekten von Feinden entfernen, Schweigen verteilen und einen sogenannten Cleanse-Block auf allen Monstern unterbringen. Damit ein ordentliches Werkzeug gegen vor allem Monster, die sehr viel Debuffs runtercleansen können. Und gleichzeitig habt ihr mit der zweiten Fähigkeit die Möglichkeit, selber ganz viele Debuffs zu verteilen mit Bomben und einem Stun und auf der ersten Fähigkeit die Möglichkeit zu heilen. Wenn ihr Sima jetzt in der Weltarena einsetzen wollt, was wahrscheinlich der Hauptanwendungsfall ist, dann kann man ihn sehr gut kombinieren mit so Monstern wie dem Orakel in Wind, was wir rechts daneben stehen sehen haben, als auch hier wurde sogar noch mit Shizuka dazu kombiniert. Und vor allem ist der auch gut gegen bestimmte Monster. Und diese Monster gucken wir uns jetzt einmal an. Wir sehen nämlich den Pinsler in Wasser. Und wir sehen jetzt aber auch, dass in diesem Replay der Sima hier so ziemlich jede Bulle dodgt, die man dodgen kann. Ist aber jetzt völlig egal, weil ich möchte euch auf das folgende Mechanik etwas hinweisen, nämlich jetzt. Wir pausieren einmal. Wir können jetzt alle vorteilhaften Effekte entfernen und dabei sehen, dass wir gleichzeitig da oben einmal den Silence verteilen, als auch jetzt diesen sogenannten Cleanse Block. Jetzt denkt man sich, ja gut, was ist daran jetzt so besonders? Das Besondere ist, hier steht ein Hegang. Normalerweise würde Hegang jetzt alle schädlichen Effekte, alle Debuffs runternehmen. Achtung, gucken, was passiert. Zack, das passiert nicht. Und es bleiben die Silences drauf. Was ziemlich stark sein kann, gerade wenn ihr vor dem Gegner die erste Runde zieht, kann das für euch sehr entscheidend sein und ihr damit einen guten Counterpick haben gegen Hegang. Und wenn ihr jetzt mit Sima auf der Suche nach dem richtigen Runenbild seid, dann lasst euch gesagt sein, in Sima kann man unterschiedlich runen. Ich habe die unterschiedlichsten Bits schon auf Sima gesehen und ihr seht es jetzt zum Beispiel in diesem Replay, dass, Achtung, da zusätzliche Runde, dass hier Sima auch durchaus auf Gewalt auch mal gespielt werden kann. Und das ist nicht der einzige Bild, wir hatten es davor gesehen, das war wahrscheinlich eher ein Tempobild. Im ersten Replay, im zweiten Replay sehen wir jetzt hier einen Gewaltbild. Aber auch das wird noch nicht alles sein, denn Sima kann man auch, wie man es jetzt hier ganz gut sehen kann, Achtung dort, auch auf Qualspielen. Also ihr seht, Sima ist hier in der Weltarena, da sind verschiedene Qualstuns passiert, unterschiedlich baubar. Ich zeige euch jetzt nochmal einmal gemeinsam die Runen, damit ihr seht, wie ihr Sima jetzt unendlich ausrüsten könnt. So und dafür gehen wir mal gemeinsam in die Weltarena und ich habe euch mal ein Beispiel für einen möglichen Sima-Bild hingestellt. Das ist jetzt ein Beispiel, der ist jetzt hier auf Temporunen und die können hier auch gerne noch viel, viel schneller sein. Das ist jetzt nicht das schnellste Swift-Set, was ich jetzt hier da habe, aber worauf ihr achten müsst, dieser Sima ist auf Speed, HP und Angriffskraft. Ihr wollt ein bisschen Angriffskraft haben für die zweite Fähigkeit, die zusätzlich noch Attack braucht für die Bomben, damit ihr einfach ein bisschen mehr Schaden macht. Aber auch nicht vergessen, hier in dem ACC-Bereich um die 85 ACC zu haben, damit ihr auch vor allem auf der dritten Fähigkeit eure Debuffs trefft. Und wenn wir dann auf die Artefakte gucken, dann ist es so, dass wir hier Schaden durch Bombe möglichst mit draufpacken und auf dem rechten Artefakt dritte Fähigkeit ACC und auch wieder so ein bisschen Schaden auf Bombe, wenn ihr das da habt. Solltet ihr nicht auf Swift spielen wollen, sondern auf Qual ruhen, dann werden eure Ruhen wahrscheinlich deutlich langsamer sein. Ich tippe mal so auf plus 170, so in dem Dreh und dann packt ihr die entsprechend auf Qual- oder Gewaltruhen. Wenn ihr noch schneller seid, noch schneller, okay. Okay, wichtig ist aber vor allem, dass wenn ihr Sima spielt, auf einem Qual- oder Gewaltbild, dass denn davor wahrscheinlich noch ein primärer AOE-Stripper drüber gehen muss. Möglicherweise Jan-Chi-Woo oder vielleicht eine LD-Net-File-Version, je nachdem, was ihr so da habt. Und dann könnt ihr den auch so spielen. Wenn euch das jetzt weitergeholfen hat und ihr jetzt ein bisschen mehr wisst, wie man Sima jetzt bauen kann, dann würde ich sagen, Daumen auf den Video nicht vergessen, gerne den Kanal abonnieren und vielleicht mit dem einen oder anderen Teil, dem das ja vielleicht auch helfen könnte. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Monster ihr demnächst selber auch mal sehen wollt in so einem kleinen Guide. Dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann, ciao.